Das neue Aufbaugel sorgt für tolle Effekte auf Deinen Nägeln. Wie einfach das geht, kannst Du Dir jetzt ansehen. Auf Deinen vorbereiteten Naturnagel legst Du zuerst eine Schablone zur Verlängerung an. Mit dem Fiberglasgel verlängerst Du den Nagel. Lass das Gel 2 Minuten im UV-Gerät aushärten. Nimm dann die Schablone vom Finger. Die Seitenlinien kannst Du an dieser Stelle schon vorsichtig begradigen. Erstelle nun die French-Spitze mit dem Starline French Gel Super White. Nach dem Aushärten wird das Nagelbett mit dem Make-Up Cover Gel Light Natur abgedeckt. Auch das Make-Up Gel muss wieder in der UV-Lampe trocknen. Deinen Aufbau modellierst Du mit dem Aufbaugel Rainbow Glitter. Es wird wieder 2 Minuten durchgehärtet und die Modellage danach in Form gefeilt. Zum Schluss versiegelst Du Dein Design mit dem Carbon Colors Topcoat. Entferne nach dem Aushärten nur noch die Schwitzschicht mit Cleaner. Schon ist der schillernde Glitter-Effekt fertig. Viel Spaß beim Ausprobieren. Bis bald, Deine Anna. Pretty Nail Shop. Jedes Mal ein Päckchen Glück. Ausprobieren. Bis zum nächsten Mal.